Das sind die ersten Aufnahmen der Kämpfer von Budapest, die sich in den deutschen Sperrlinien im Westen der Stamm durchgeschlagen haben. Viel mehr als Worte vermögens spiegeln diese Bilder Krapazen und die Härte der Kämpfe dieser, die nach dem heldenhaften Kampf in Budapest liegen im Tage des Ausdruck und der Antwuchs bei diesen Truppenlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017